Hi, ich bin Gary und ich hab verschiedene Menschen in meinem Kopf. Musst du das allen verraten? Er will doch nur ehrlich sein! Boah, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich will nur pennen! Okay, das war ziemlich krank. Toll, jetzt wo es die gesamte Welt weiß, habe ich keine Chance, mir die Weltherrschaft an mich zu reißen. Warum bist du nur so böse? Komm mal runter, man. Alles in Ordnung. Chillax. Dieser Wahnsinnige wird uns alle umbringen. Wir müssen fliehen. Es soll aufhören! So, das war's jetzt schon mit dem Video. Ich musste langsam mal zum Psychiater. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kannst du teilen, ich habe auch nichts dagegen zu abonnieren und gefällt mir und kommentieren und so'n Scheiß. Das Gelaber muss sein, ich kann nichts mehr ändern. Und wir sehen uns, bis dann! Nein, geh nicht! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!